Ein weiterer Tag, falls mir die Tipp auf dem Kanal. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe YouTube-Freunde, ich bin hier in Töttingen, Töttingen, Kunst und Handwerk im Garten von Ernest. Ja, kommen wir doch mal hier rauf. Die Kunst ist total da, ihr seht, ich laufe jetzt hier weiter. Es gibt Wurst und Brot, es gibt Wein und Bier, es gibt Mineral, es gibt Gocci, es gibt alles und da hat es ganz viele Künstler, die da Kunst ausstellen und ihr seht da hinten bereits wunderbare Sachen. Ja, es lohnt sich total, es ist auch noch ein Holzmensch da, der Figuren schnittet mit Motorsäge. Hey, kommt hier runter, schaut hier. So. Und hier. So. Hey, es lohnt sich total, es ist bis um 6 Uhr noch offen. Hier in Töttingen, euer Gallusottiger.